stellvertretend treue erwecken für alle sterbenden dieses gebet soll und muss gebetet werden dass ich sie retten kann heilensworte milliarden und millionen mal mein jesus barmherzigkeit barmherzigkeit mein jesus für jeden sterbenden bis zum ende der welt milliarden und millionen mal opfern wir das kostbare blut und die blut tränen dem himmlischen vater auf für jeden sterbenden bis zum ende der welt und bedecken ihn mit dem kostbaren blut und dem unbefleckten herzen mariens und mit ihrem blut tränen dass der böse feind keine gewalt über die sterbenden hat amen und ich kann sie retten verkündet es heilensworte ich brauche söhne seelen die dieses gebet täglich womöglich mehrmals beten ich danke euch dafür meine lieben kinder gott segnet euch mit seiner göttlichen kraft und auch ich segne euch eure liebe mutter armen heilige josef der vater jesu christi und wahre bräutigam der seligsten jungfrau maria bitte für uns und alle sterbenden dieser nacht jesus maria wir lieben euch rettet alle seelen und priesterseelen mit der großen bitte diesen liebes akt mit jedem atemzug mit jedem pulsschlag tausend mal wiederholen zu dürfen amen gelobt sei jesus christus maria mit dem kinderleben und allen deinen segen geben 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 und allen deinen segen geben